So, hier sieht man wie das alles aufgebaut ist. Wir haben hier rote LEDs, weiße, blaue, gelbe, hier ist die Box, dann haben wir hier nochmal weiße, dann nochmal gelbe und dann sieht man hier wo alles angeschlossen wird, wie das alles funktioniert, eigentlich ganz simpel. So, dann hier der LED Box und hier alle LEDs und Kabel. So. So. So.